Hallo bei BILDNER TV, Foto-Video und einem neuen Video zu Photoshop Elements in der Version 2022. Diesmal in diesem Video geht es um eine ziemlich fortgeschrittene und ehrlich gesagt auch ziemlich versteckte Technik, die man in Photoshop Elements anwenden kann. Es geht um sogenannte Smart-Objekte, wobei der Begriff nicht ganz passt, denn eigentlich hat Photoshop Elements gar keine Smart-Objekte. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei BILDNER TV, Foto-Video, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Das war jetzt natürlich ein bisschen verwirrend im Intro. Smart-Objekte, Smart-Filter, sowas hat Photoshop Elements nicht. Aber es gibt eine Funktion in Photoshop Elements, die was Ähnliches bewirkt. Aber was sind jetzt eigentlich Smart-Filter? Wenn man schon mal einen Blick in Photoshop, also in die große Version von Photoshop geworfen hat, dann kennt man da dieses Prinzip der Smart-Ebenen oder Smart-Objekte oder Smart-Filter. Ganz einfach gesagt, grundsätzlich geht es darum, dass man irgendwelche Objekte, die man in irgendein Composing, in irgendeine Bildmanipulation oder irgendeine Gestaltung einfügt, dass man diese Objekte in Smart-Objekte umwandelt, um die dann auch jederzeit im Nachhinein verlustfrei, qualitätsverlustfrei nochmal bearbeiten zu können. Man kann sich ja vorstellen, wenn man zum Beispiel an einer komplexen Komposition arbeitet, die aus mehreren Bildteilen, Effekten und sonst wie besteht, dass man irgendwann an einem Punkt kommt und sagt, da muss ich nun mal nachbearbeiten. Und wenn man da jetzt die Ergebnisse aus 20, 50, 80 Arbeitsschritten davor schon fest ins Bild eingerechnet hat, dann hat man natürlich ein Problem. Dafür gibt es Smart-Filter bzw. Smart-Objekte. Smart bedeutet im Grunde nichts anderes, da ist jetzt nichts Intelligentes dran oder so, sondern es bedeutet einfach nur, dass man es eben im Nachhinein verlustfrei nochmal bearbeiten und anfassen kann. Jetzt aber gleich mal zu Photoshop Elements und ich zeige euch mal das Prinzip oder die eigentliche Problematik, von der wir hier reden bzw. mit der ich mir eben dann mit einer Art Smart-Objekt helfen kann. Das Projekt ist eigentlich ganz einfach. Ich habe hier ein Bild aus einem Shooting mit einer jungen Frau und ich möchte jetzt aus mehreren dieser Bilder eine Collage gestalten und diese Collage jetzt eben hier anfüllen mit anderen Aufnahmen dieser Aufnahme-Session. Dazu würde ich normalerweise eben das erste Bild, das mir jetzt als Hintergrund dient, aufrufen. Das ist jetzt praktisch die Leinwand, auf die jetzt andere Bilder eingefügt werden. Dann gehe ich hier über Öffnen. Also ich bin hier übrigens im Experten-Modus. Das ist die einfachste Sache, um solche Composings zu gestalten. Ich gehe also jetzt hier auf Öffnen und öffne mir jetzt verschiedene weitere Bilder, die ich hier einfügen möchte. Und die tauchen dann hier unten im Fotobereich. Da sieht man es. Also wenn man hier unten auf den Fotobereich klickt, dann hat man hier sämtliche Bilder im Überblick, die man jetzt haben möchte. Ihr seht schon hier an erster Stelle mein Hintergrundbild. Und jetzt klicke ich jedes einzelne der Bilder an. Nehmen wir mal das hier. Drücke die Tastenkombination STRG A, dann STRG C, um es zu kopieren. Dann kann ich dieses Bild eigentlich schon wieder schließen. Und gehe dann zu meiner Leinwand, drücke hier STRG V und füge das Bild ein. Und jetzt drücke ich STRG T, um das Bild zu skalieren. Also um es zu verkleinern. Wenn ich hier die Eckpunkte anfasse, dann bleibt das Bild im Seitenverhältnis des Originals. Wenn ich jetzt hier unten, habt ihr gerade gesehen, eine Linie anfasse, dann wird, beziehungsweise hier einen Seitenanfasser benutze, dann wird das Bild gestaucht. Also dann bleibt das Seitenverhältnis nicht bestehen. Deswegen kleiner Tipp, wenn ihr solche Skalierungen vornehmt, ich habe gerade Escape gedrückt, um den Vorgang abzubrechen. Also wenn ihr eine Skalierung vornehmt und das Seitenverhältnis erhalten bleiben soll, benutzt einfach diese Eckanfasser. Dann bleibt das Seitenverhältnis auch so, wie es im Original ist. Also, ich platziere also jetzt hier mein Bild, klicke dann hier das Häkchen an, habe also jetzt hier das erste Bild markiert. Dann gehe ich zum nächsten Bild, wieder STRG A fürs Kopieren. Dann schließe ich das Bild wieder, drücke hier STRG V, wieder STRG T zum Skalieren und fasse hier wieder die Seitenanfasser an. Also ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. So würde man jetzt vorgehen, dann würde man verschiedene Bilder anordnen. Und wenn man dann eben am Ende sieht, oh je, also hier habe ich mir eins zu klein gerechnet und das müsste ich jetzt wieder vergrößern. Dann kommt das eigentliche Problem zum Tragen. Und das verdeutliche ich euch jetzt mal ganz krass, also unrealistisch krass, aber ich möchte euch einfach nur zeigen, wo das Problem liegt. Ich lösche jetzt diese beiden Ebenen, ich aktiviere hier mit einem Mausklick die obere, halte die Umschalttaste gedrückt, aktiviere dann mit einem Mausklick auch die zweite und ziehe diese beiden Ebenen jetzt in den Mülleimer. Und ich verwende jetzt mal dieses Bild, da wird man es ganz plakativ sehen. Also hier STRG A, STRG C zum Kopieren. Ich schließe das Bild und auch das, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt hier in meiner Leinwand, STRG V, STRG T zum Skalieren. Und ich skaliere dieses Bild jetzt mal extrem klein. Also ich mache es jetzt mal wirklich winzig. So winzig würde man es natürlich nicht machen, aber nur um es euch zu verdeutlichen. Jetzt das grüne Häkchen. Und jetzt eben Problematik. Ich habe gesehen, ups, das ist ja viel zu klein, jetzt muss ich es wieder größer machen. Ich nehme den Anfasser hier und ziehe das Bild jetzt größer. Und was jetzt passiert ist, dass hier Interpolationsunschärfen entstanden sind. Man sieht hier Interpolationsartefakte. Das heißt, dieses Bild wurde jetzt künstlich, nachdem ich es extrem verkleinert hatte, wieder vergrößert. Aber eben, weil es jetzt aus der kleineren Version heraus vergrößert wurde, habe ich eben jetzt diese Unschärfen und Artefakte. Also ich habe einen massiven Qualitätsverlust. Um dieser Sache jetzt zu begegnen, mache ich jetzt eine ganz andere Sache. Ich ziehe jetzt diese Ebene hier wieder in den Mülleimer, dass sie weg ist. Drücke hier STRG 0, um eben mein ganzes Bild wieder im Blick zu haben. Und jetzt gehe ich nicht über Datei öffnen, kopieren, einfügen, sondern ich gehe über Datei platzieren. Das und noch viele weitere Themen zu Photoshop Elements 2022 findet ihr natürlich in unserem Buch zur aktuellen Photoshop Elements Version. Wir haben bei uns im Bildner Verlag unter www.bildner-verlag.de in unserem Online-Shop natürlich einige Bücher zu Photoshop Elements. Natürlich zu jedem Jahrgang. Die Software kommt ja jedes Jahr neu raus. Wenn ihr also eine frühere Version habt, dann könnt ihr auch ein Buch bekommen zu den früheren Versionen. Aber natürlich in der aktuellen Version, da steht alles drin, was eben bis dato in Photoshop Elements so zur Verfügung steht. Deswegen schaut mal in unserem Online-Shop vorbei. Da gibt es die Bücher. Natürlich gedruckt, aber auch als E-Book zum Downloaden und als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Ich gehe auf Platzieren. Ziehe mir jetzt, wie ist das Bild hatten wir jetzt? Hier nehmen wir mal das. Ja, ich glaube, das hatten wir vorher. Also ich gehe jetzt über den Befehl Platzieren und öffne hier ein Bild. Und ihr seht, das wird jetzt anders dargestellt als vorhin diese Datei, die ich hier einfach reinkopiert habe. Also wenn ein Bild platziert wird, sieht man diese Form, also dieses Gittermuster hier. Und ich habe hier jetzt nach wie vor oder wiederum die Möglichkeit, ein Bild zu skalieren, zu verändern. Und auch das skaliere ich jetzt mal ganz winzig, unrealistisch klein. Drücke das grüne Häkchen. Gleiche Problematik. Ups, das ist ja viel zu klein. Jetzt möchte ich es wieder größer haben. Und ziehe jetzt einfach hier diese Anfasspunkte größer. Und ihr seht schon, also diese Artefakte sind jetzt da, aber nur in der Vorschau. Wenn ich jetzt auf das grüne Häkchen klicke, holt sich Photoshop Elements praktisch die Daten aus der Originaldatei und restauriert mir praktisch oder bringt mir hier das Originaldatei wieder in perfekter Qualität in die gewünschte Größe. Kleine Info dazu. Schaut euch hier mal dieses Ebenensymbol an. Wenn man hier dieses kleine Icon im Ebenensymbol sieht, bedeutet das, diese Datei oder dieses Bild, dieser Bildteil wurde platziert, also eigentlich als Smart Objekt eingefügt. Und wie gesagt, Smart Objekt bedeutet einfach nur, ich kann es im Nachhinein noch bearbeiten und anfassen und kann mit dem Bild verlustfrei gerade Skalierungsvorgänge durchführen. Und was kann man jetzt mit dieser smarten Ebene, mit dieser platzierten Ebene noch machen? Ich zeige euch mal, was, wenn man daran jetzt zum Beispiel einen Filter anwendet, also jetzt mal ganz plakativ, irgendeinen Kunstfilter, damit man es hier gut sehen kann. Ich gehe jetzt hier auf Kunstfilter und nehme jetzt mal Aquarell. Dann, halt, das muss ich jetzt ein bisschen verkleinern, damit ihr das auch seht. Hier haben wir also jetzt einen Aquarellfilter und wenn ich sage, okay, den möchte ich jetzt gerne anwenden, dann klicke ich hier auf okay und dann wird dieser Aquarellfilter, sieht man jetzt nicht so gut, Moment, nehmen wir nochmal einen anderen Filter, nehmen wir eine Buntstift Schraffur, die ist deutlicher zu sehen. Ich klicke auf okay, also hier haben wir jetzt eine Buntstift Schraffur und ihr seht, dieses Ebenensymbol hier, dieses kleine Symbol, dass wir eine platzierte Ebene haben, ist immer noch aktiv. Wenn ich jetzt eine Skalierung vornehme, dann taucht, also wenn ich hier versuche zu skalieren, dann taucht hier ein Infofenster auf, das mir sagt, dieser Filter oder das, was ich jetzt hier angewendet habe, Das wird jetzt nicht beim Skaliervorgang angezeigt, sondern erst im Nachhinein, wenn die Skalierung erledigt ist, dann wieder angewendet. Klicken wir mal okay, ich zeige euch, was passiert. Also ich skaliere jetzt hier das Bild auf eine andere Größe, klickt dann mein grünes Häkchen und dann im Nachhinein kommt wieder der Filter, den ich vorher angewendet hatte. So, ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden hinter diesem Platzieren, hinter diesen Smart-Ebenen und dem smarten Filter, den man hier anwenden kann. Das kann die Arbeit wirklich erleichtern, gerade wenn man komplexere Projekte hat, die aus mehreren Ebenen bestehen und also gerade diese Collage-Geschichten sind ein klassisches Beispiel, eben um sich auch im Nachhinein noch die Optionen zu erhalten, Qualitätsverlustfrei an den einzelnen Elementen eines Composings zu arbeiten. Das ist eine ganz wichtige Technik und mal abgesehen davon, wenn man wirklich irgendwann mal von Photoshop Elements auf die größere Version auf Photoshop umsteigt, dann hat man zumindest schon mal gehört, was man mit diesen Smart-Ebenen und Smart-Objekten so machen kann. So, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen hoch da. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns hier bei nächster Gelegenheit wiedersehen. Es gibt natürlich immer mal wieder Videos zu Photoshop Elements. Wir aktualisieren hier natürlich unser Programm laufend. Das heißt, wir sind aber auch froh, wenn ihr uns zum Beispiel einen Kommentar da lasst und sagt, was euch denn jetzt explizit oder speziell interessiert in Photoshop Elements oder auch in anderen Bildbearbeitungsprogrammen oder zu Fotothemen oder zu Kamerathemen. Wir nehmen eure Kommentare immer gerne auf, um unser Programm dann einfach entsprechend zu erweitern. Ganz nebenbei, wenn ihr einen Kommentar da lasst, dann nehmt ihr ganz automatisch an unserer wöchentlichen Verlosung teil und könnt ein Buch aus dem Bildner Verlag gewinnen. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dahin, habt Spaß mit der Kamera, mit der Bildbearbeitung und bis bald. Ciao.